moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der sony playstation und wir können auch in der video beschreibung sehen dass mein playstation 4 account so heiß ich da man hat mich aber lang nicht mehr gesehen dort auf der ps4 irgendwo in los santos rumzulaufen dass ich irgendwo in los santos rumlaufe der gamertag oder mein name oder youtube gamescom allgemein ist gerade mega offline aber ich werde bald wieder online sein das habe ich euch ja versprochen und ich werde auch wieder online zacken und auch wieder live stream machen und so sachen da freue ich mich schon richtig drauf und ja das wird richtig geil werden dauert halt noch ein bisschen normal aber ja dieses jahr wird auf jeden fall noch sein dass ich regelmäßig online bin auf der ps4 und dann halt auch zocke und ja genau das wird bestimmt cool dann kommen auch wieder let's plays und nicht irgendwelche single player let's plays wo ich single player ein bisschen rum baller sondern online online modus und ja ich werde auf jeden fall ein paar brichtschamps machen fallschirmsprünge werden wir machen einfach einfach mal gucken was sich verändert hat es hat sich ja viel verändert sind ja viele updates rausgekommen letztes mal wo ich gta 5 online gezockt habe das war glaube ich dezember oder januar ich bin mir nicht mehr sicher ich glaube es war januar und ja sind jetzt also schon gut zehn monate her als ich zum letzten mal gta 4 gta 5 online gezockt habe ja kommt auf jeden fall bald und ja noch mal vielen dank leute für 2.700 abonnenten oder so was 600 abonnenten weiß gar nicht äh guck da eigentlich nicht so oft drauf für abonnenten ich hab aber fast 3000 abonnenten vielen herzlichen dank dafür da sehen wir uns irgendwann mal im nächsten video würde ich sagen und jetzt will ich euch mal was zeigen und zwar ich google heute mal der junge zocker so was passiert eigentlich wenn ich der junge zocker google also ich bin schon da bei google drin also wenn man der junge und dann wird schon der junge zocker angezeigt ja auch so sieht es eigentlich aus wenn ich mich selber google nur kleiner spaß am rande hier mal ein paar bilder an alter schwede hatte ich daran habe meine fresse schöne bilder einfach mal der junge zocker eingeben und bilder ne schön 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 da sah ich ja aus wie ein bärwolf alter wie ein tier glaubt man gar nicht selber merkt man es gar nicht dass man so aus wie ein tier aber nun ja ist auch egal haut rein bis zum nächsten mal und ciao